Können wir Chemikalien auch nachhaltig produzieren? Wenn man dabei auch noch CO2 einspart, das klären wir jetzt bei zwei Minuten wissen. Wenn wir heutzutage Kraftstoffe und Chemikalien produzieren, dann nutzen wir fossile Rohstoffe. Das sind zum Beispiel Erdöl oder Erdgas. Daraus wird CO und Wasserstoff, das sogenannte Synthesegas. Aus diesem Synthesegas werden dann Kraftstoffe, Kunststoffe und weitere Chemikalien hergestellt. Diese Produkte werden von uns allen alltäglich gebraucht. Um Energie daraus zu gewinnen, werden sie beispielsweise verbrannt. Dabei entsteht CO2, das einfach so in die Luft geblasen wird. Das ist natürlich nicht gut für die Umwelt, doch das geht besser. Um den Stoffkreislauf zu schließen, kann aus den Abgasen das CO2 abgetrennt werden. Mit sogenannten Power-to-X-Technologien wird es wieder zu Treibstoffen, Chemikalien und anderen Energieträgern zurückgewonnen. Dazu braucht es neben dem CO2 auch Wasserstoff, das am besten über eine Elektrolyse aus Wasser hergestellt wird. Power-to-X bedeutet also, aus CO2 und Wasserstoff mit Katalysatoren Kraftstoffe wie Methan und wichtige Basischemikalien wie Methanol herzustellen. Anstelle CO2 in die Luft zu pusten, kann es also zusammen mit Wasserstoff wiederverwendet werden und so kann der Stoffkreislauf geschlossen werden. Gemeinsam mit meinem Team entwickle ich Katalysatoren für Power-to-X-Anwendungen in eigens dafür konzipierten Anlagen. Wenn du lernen willst, zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, dann studiere hier an der FAU. WDR 2021 WDR 2021 Untertitelung des ZDF für funk, 2017